Guten Morgen aus dem Kurpark. Wir haben heute die Bad Schwalbacher Bürgermeisterkandidaten Markus Oberndorfer von der SPD und den parteilosen Andreas Ruck eingeladen, um mit Ihnen vor der Stichwahl am 24. November Positionen zu klären. Wir fragen die beiden, welche Themen Ihnen nach so vielen Wochen Wahlkampf wirklich wichtig sind und wie Sie sich inhaltlich und persönlich von Ihren Kontrahenten abheben wollen. Im dritten Stock des Rathauses wird der neue Bad Schwalbacher Bürgermeister am 1. April 2020 seinen Job antreten. Ob das der 51-jährige parteilose Andreas Ruck oder der 55-jährige SPD-Mann Markus Oberndorfer sein wird, das gehört zurzeit zu den spannendsten Fragen in der Stadt. Denn nach dem ersten Wahlgang trennen die beiden nur 21 Stimmen. Ruck liegt bei 29,1 Prozent, Oberndorfer bei 29,7 Prozent der Wählerstimmen. Da gibt es nur ein wichtiges Thema aus meiner Sicht. Die Haushaltsdebatte der letzten Tagen hat gezeigt, dass die Neuverschuldung des Staatsbads von über 1 Million Euro zunehmend bis ins Jahr 2024 bis zu 3 bis 4 Millionen Euro, wo auch die Schulden aus der Landesgartenschau gedeckelt werden müssen, aus dem Haushalt der Stadt Bad Schwalbach in Höhe von 24 Millionen Euro, weder durch Einsparmaßnahmen noch durch Wachstumsmaßnahmen zu lösen ist. Infolgedessen sehe ich hier die Hauptaufgabe des zukünftigen Bürgermeisters darin, mit dem Land Hessen erfolgreiche Gespräche zu führen. Nun, beispielsweise bei der Lösung des Problems beim Staatsbad müssen mit dem Land Hessen Gespräche geführt werden. Solche Gespräche sind zu führen auf der Basis von Sachlichkeit, von gegenseitigem Vertrauen, aber auch von unserer Seite mit einer gewissen Demut. Denn wir sind Bittsteller in dem Fall. Wir haben ja für die Übernahme des Staatsbads ein Millionengeschenk bekommen und ich denke, mit meiner ruhigen, sachlichen Art kann ich hier für Bad Schwalbach gute Ergebnisse erzielen. Also ganz besonders wichtig ist der Zuzug von Bürgerinnen und Bürgern sowie auch Gewerbe. Natürlich müssen die Finanzen gesichert werden in der Zukunft. Dann natürlich unsere Stadt lebenswert, dass wir hier gerne wohnen, Spaß haben und zum anderen, dass wir die Adolfstraße beruhigen. Ich möchte es in zwei Teilen beantworten. Erstmal das Persönliche. Ich bin ja geboren hier in Bad Schwalbach und aufgewachsen. Ich bin ein Macher und begeistere auch die Menschen. Das weitere Verhandlungswillen und Durchsetzungsvermögen ist vorhanden, sowie auch die Erfahrungen in der Verwaltung. Und das weitere, muss ich sagen, großes Netzwerk, da ich ja schon ewig hier wohne. Kommen wir zum inhandlichen Teil. Also wichtig ist mir, dass wir die Abläufe der Verwaltung straffen. Zum anderen natürlich auch die Feuerwehr weiterhin auf dem neuesten Stand halten. Haushalt 2020 durfte ich mitgestalten. Das ist natürlich hervorragend. Das ist ja auch der Haushalt des neuen Bürgermeisters. Wir müssen Fördertöpfe ausschöpfen. Das heißt einmal für die Stadt selbst, sowie auch für das Gewerbe oder auch für private Personen. Das Staatsbad müssen wir entwickeln. Das heißt natürlich die Vermietungen steigern, aber auch so die Abläufe und die Prozesse des Staatsbates straffen. Politisch muss ich sagen, müssen wir das Jugendparlament fördern, damit wir Nachwuchs haben in der Zukunft in der Politik. Und zum anderen, ja, gemeinsam das Motto leben, zusammenrücken, danke.